Moin Leute, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Man Du Blöd Wurbeln. Ja, wir haben bald wahrscheinlich den Heirat mit Devillian und wir gehen ans Gelage jetzt mal ein bisschen. Oh, sogar ein Turnier, machen wir ein Turnier. Ja, ich wusste, dass es nicht gut ist, aber ich werde trotzdem gewinnen. Ja, so nicht, wenn alle im Weg sind. Oha, ja danke. Kann ich mal blocken. Prima, noch einen, hä? Sind wir nur noch, wir zwei, hä? Erledigen. Wirklich toll, wir sind nie beritten. Bist du blöd gewesen? Oh, die sind alle noch am Leben. So ein Mist, weißte. Ja, ich habe keine Chance. Ihr seid auf Rang 3 des Turniers. Habe ich nichts? Habe ich nichts? Ich habe nicht mal etwas. Danke. Okay. Ja, jetzt werden wir wahrscheinlich nicht mehr Erster, oder was? Wie unfair das ist? Da hinten ist sogar noch einer von denen. Unglaublich, wie unfair. Die Verteilung. Gut, haben wir geschafft. Rang 4. Ja, gut. Wie unfair die Verteilung. Weißt du, die haben Armbrüste und Schwert und ich habe nur Bogen gehabt. Den haben wir gut besiegt, hä? Ja, genau die Verteilung, die wir nicht so melken, weil sie das ablehnt, dass wir da verblühen. Ich bekomme einfach das Herzflimmen langsam. Die Aufregung. Wagen 5. Ey, ich schaffe das Turnier irgendwie nicht. Aha, meine Fähigkeiten sind halt. Ja, ich habe mir so viel Schaden, aber trotzdem. Ah, geht so mega aus. Raum 6? Wie gut sind denn die Anderen? Ja, toll. Weißt du? Ha, Kopfschuss. Headshot. Wieso? Wie unlogisch das ist. Ich war Sechster. Ich müsste alle anderen Fünf noch besiegen. Prima. Auf jeden Fall. Schon gut. Meine Fürstin, wie sich meine Arten freuen, euch zu erblicken. Wir können mit den Elfersprechen fortfahren. Meine Fürstin vor dem versammelten Fürsten als Zeugen gelobe ich, euch zu ehren, zu lieben und zu beschützen. Ich habe ein gutes Turnier, ähm, Sieg, ähm, ja, Geschenk bekommen. Euch zu ehren, sie lieben und zu beschützen. Möge der Himmel uns mit dem Gesundheit, Reichtum und Kind entsegen. Kann man wirklich Kinder bekommen? Ich gelobe euch zum Gemahl zu nehmen. Wir sind nun Mann und Frau. Lass uns die Fähigkeiten beginnen. Und ich habe einfach das Turnier noch geschafft. Boah, sind das viele plötzlich. Von wo kommen die her? Oh yeah. Mann, der hat ne Glatz. Und wo ist er jetzt? Da. Ja. Super. Ja, immerhin hat das Tolle, oder? Das hat das Spiel wirklich toll gemacht. Dass sie nicht einfach irgendwie gesagt haben, ja, wir werden sofort, ähm, Mann und Frau. Was sagt der König dazu? Nun, Monika Basse, um was geht es? Sagt nichts dazu. Von der Fäden. Von der Fäden. Von der Fäden. Sag, wenn ich unterstütze. Deblian. Ah, hochinteressant. Graf Behrens. Ja, haben wir. Niemand sagt dir das zu meiner Hochzeit. Das ist böse. Meine Fürstin. Mein Herz ist erfüllt von Freude, euch wiederzusehen. Eine Angelegenheit. Ja, klar. Mathe ist related to Haushalts. Das werden wir nachher machen. Das QR ist speichern. Gut. Ja, das ist gut. Da. Die da. Ja, ist jetzt nicht mehr viel los, hä. Gut. Bauer? Nein, Lösegipfel mit Löschal. Prima. Geheiratet. Jetzt ist er wieder weg. So an, Mist. Mein Herz ist erfüllt, euch wiederzusehen. Lass uns überlegen, wie wir unsere Ränge in diesem Könige verbessern könnten. Ich dachte mir, dass wir vielleicht ein Gelege geben könnten. Lass uns an Inventur unsere Satpass jetzt machen. Okay. Ah, jetzt kann ich jederzeit hier, ähm, Sachen abgeben, hä. Das Buch muss ich lesen. Das Eisen möchte ich verkaufen. Ja, ich habe leider nichts für dich. Ich glaube, ich kann den ausrüsten, wenn ich Sachen rein tue. Eventuell. Aber schön gemacht. Also da habe ich unbedingt mal eine Frau gewollt. Das wirklich machen wollen. Das ist wirklich super gemacht. Und das ist wirklich halt realistisch, dass die Frauen richtig wenig Chancen haben. Auf zum Beispiel Dörfer und Burgen. So, wir schauen mal, schauen wir mal, was König Halias uns gibt. Können wir uns noch ein bisschen besser machen, hä? So, Mist. Ja, dann gehen wir nochmal Verlucker und zum Gildenmeister. Oh, eine feindliche Patrouille. Hm. Nein, wir kämpfen nicht, weil Jeremus, ähm, verletzt ist. Hey, der ist schnell als ich. Hilf mir mal da. Hilf mir. Beide. Ja, du hilfst nicht. Böse. Sind sie? Da links. Hm. Tag, nur bauen. Ach, komm. Ich werde die sowieso vernichten. Die haben nach nur Bauen. Ich muss auch mit dem Tier helfen. Ich muss auch mit dem Tier helfen. Ich muss auch mit dem Tier helfen. Nein, hilf. Nein, nicht sterben. Ich will den besiegen. Nein, nicht sterben. Jetzt locken sie nervt zu stark. Der war so geil, der hatte so kein Schwert, Schlachtschwert Ich muss unbedingt schneller werden, ich muss alles noch besser werden Den haben wir aber übersehen, yes Sind halt tot, noch eine, und zwar Das passiert halt, wenn man mich jagen will. Man wird selbst zum Gejagten. Schön. Wunderbar. Das macht mir Spaß. Jetzt habe ich schon den dritten Part aufgenommen heute. Ja. Also, vor zwei Parts habe ich aufgenommen. Nein, Slavcrusher. Ein Gerummel. Ein Rummelmarkt ist hier. Schön. Wunderbar. Gut gekämpft. Und wir sind nicht dro... Ja, doch. Ja, Slavcrusher. Aber Jero muss schon wieder tot. Ich muss den aufmotzen. Ich tue ihn tunen. Ha, wir haben es den Schwein aber gezeigt. Minus 3 auf 6 gestiegen. Schön. Ich gebe auf. Gewährt mit den Krieg... Gewährt mir die Kriegsehren und zerschmettert einen guten Ruf. Ich werde sowieso die Quests nicht machen. Ich werde ihn freilassen. Ach komm. Ich werde die Quests machen. Prima. Ich werde die Quests machen. Mameluke. Mameluke. Handschuhe geben. Handschuhe geben. Handschuhe geben. Aber nicht Schmierer. Ich möchte es Ceremus geben. Ich möchte dich gerne zum Dickwanst machen. In Verteidigung. Wenn ich Intelligenz mache. Ja. Ja. Ich werde dich in Stärke ausrüsten und Eisenschwader scannen. So. Was könntest du haben? Ja. Zwei Handwaffen. Ja. Zwei Handwaffen. Wir können uns jetzt hier mal ein bisschen mehr ausbilden, aber nicht zu viel. Da ist auch jemand, der als König oder der hat so viele Truppen gehabt von Rodox. Oh, die geben auch Wege. Schön. Ähm. Habt ihr schon die anderen Sachen? Ja. Habt neue Sachen? Gut. Ja. Hackmesser ist. Aber vor allem ist es saustar. Ja. Wir bezahlen mal 69.994. 46.000. Was ist denn hier los? Ja. Was ist denn hier los? Ich habe text. Ja. Ich habe text. Knüppel mit Dorn Dann haben wir hier Eisenhut grob Eisenhut, Stoffrüstung, so Und jetzt eben das Brot kaufen, noch, prima Ähm, jetzt in die Burg, zurück Wo bist du? Gehtenmeister Ich brauche ein paar Sachen Eine Quest Am liebsten eine Quest Ich denke, du bist der Gehtenmeister Als beim Anfang, also ich muss nicht in die Burg Gut Ein Auftrag Das ist zu weit Schade So fast Ja, ja, Grafteil war's Ah, es waren doch viel mehr vor Hm Greif ihn nicht an Wieso greifst du ihn an? Ach Gott Ich glaub's ja nicht Du bist doch selbstmeldig für dich nicht, dass du stirbst Und Dass du einfach gefangen werden wirst Schade, dass niemand sterben kann Aber, das ist eigentlich auch gut Aber, das ist eigentlich auch gut Das ist eigentlich auch gut Für Entis Mal wieder nichts bestes zu tun Was einfach in die Menge zu rei- Nein, Klingenschwest ist tot Nein Jeremus, mach mal deine Arbeit Slavcrush Karavanenmeister Läuft nicht gerade gut Das lasst doch mir auch ein bisschen Ich werde zu wenig Gegner erledigt Ohohoh Das hat gesessen Ich glaub das Ich glaub die Nase ist ab Das hat sowas von wehgetan Wieso seid ihr diesmal so schlecht gewesen? Ich muss euch alle bestrafen Die arme Klingenschwester Ha, wir haben's den Schwein aber gezeigt Und du warst selbstmörder 6 auf 13 6 6 7 8 7 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 12 15 15 13 13 15 17 15 15 15 15 15 16 16 17 15 15 15 15 15 15 16 Prima, Fedner, das ist das Dorf, das ja jetzt übergeben wird, oder schon übergeben wurde. Aber die hassen mich jetzt so extremst, diese Rodox, das wird niemals wieder ein Versöhnungsversuch. Ah, eventuell wenn es ganz lange wird, aber solange die im Krieg sind und alle Burgenstädte einnehmen, nein. Wir Svadien haben viel zu viele Städte schon, aber die Burg da haben wir noch nicht zurückgerobt in unserem Reich. Prima, noch mehr Geld verdienen, jetzt können wir Geld verdienen, das geht so gut. Das ist schön, ja das ist sehr schön. Also. Ja, ähm, ich möchte gerne noch, äh, was habe ich jetzt noch gehört? Schauen wir mal kurz, wer da drin ist. Nichts, niemand. Ich möchte ins Dorf und jetzt doch ein Gebäude errichten. Wenn das schon gut geht und der Krieg bald zu Ende ist, haben wir da gute Einnahmequellen. Hoffentlich geht's dem Dorf schon besser. Ja, immer noch Elend. Also. Nein. Eine Mühle. 5400 und, ähm, 57 Tage. Und die Schule, 8100 und so viel. Dann machen wir die Mühle. So. Und jetzt noch eine, eine Quest. Warten wir noch ein bisschen kurz, können wir noch ein bisschen machen hier. Hoffentlich jetzt keine Getreidequest, bitte. Ja, machen wir die Quest, hä? Da bekommen wir gute Ehr. Die, 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 die. Ich habe ja auch eine Branchen von Königinischfähiges entflohen. In der Nähe von Flukha. Bei Lukha, äh. Declar hat sie bekommen. Schön. Ach, wieder ein Glatzkopf. Es ist ein Unterschied zwischen Glatzkopf und einer glatzhaften Kopf. Oder eine kein Haar Perücke. Jetzt wird er noch für Luca eingenommen. Verrat von Neloknoyan. Der Neloknoyan ist doch gar kein Vergeer, oder? Nur der Noyan ist... ... der kann er die Kergit. Ich muss mich mehr konzentrieren. Ich habe ja keine Lust hier und ich habe nur so einen... ...BH an. Prima. Los, weiter. Glav Klaugus hat verloren. Schietzer. Oh, Veluko, Schietzer. Okay, vielleicht noch helfen noch, ne? Der kann mich nicht mal ein bisschen gerecht werden. Keine Chance, aber das ist ja nur ein Übungskampf. Ja, die Erfahrung habt ihr bekommen. Nicht. Los, greift an, schneller. Scheremus ist endlich mal nicht so blöd und geht nach vorne. Okay, dann werde ich mal hier kämpfen. Einfach gespawnt und freiwillig nichts genommen. Das ist noch einer. Danke. Der Neloknoyan. Ich bin einer der Besseren, hoffentlich. Ich weiss ja nicht, was die planen, oder? Ob so Leute, die halt alles gutherzigen wollen, brauche ich nicht im Entzug. Ja schon immer die Barbarin. Ich spiele in diesem Spiel schon ein bisschen einen böser Charakter, aber nur für die Feinde von mir. Aber so religiöse Leute, die immer meinen, ja, den Feinden geht es schlecht und so. Ne, brauchen wir nicht. Wir sind Krieger. Prima. Haben wir wieder ein bisschen Ehr bekommen. Schauen wir, dass wir noch eine Quest haben. Das braucht es unbedingt. Danke, schon wieder Getreide-Quest. Nichts. Hm. Also. Wir müssen noch kurz schauen, dann ist der Bart vorüber. Er ist schon 31 Minuten lang. Rocher Bart, wie geht's dir? Pff. Er ist immer noch erfreut. Genau, wir nehmen das mal. Ja sicher, sag doch etwas gegen mich. Pff. Keine Art Keggit werden, wir wollen nicht angreifen. Keine Chance. Also. Ja, dann ist es leider schon wieder vorüber. Die Parts sollten nicht länger als 31, also 30 Minuten sein, weil YouTube Probleme hat. Sie, ähm, die Videos kommen nicht, die Verarbeitung stoppt. Also. Ja, irgendwie hat YouTube Probleme. Ja, momentan. Deshalb soll sie eigentlich nicht länger sein als 30 Minuten. Sie ist ja genug lang. Also bitte. Ja. Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Und dann gehen wir wieder zum Lover. Zum Lover Devil Jan. Jo. Tschüss.